Musik Die Wasserfreunde aus Spandau unter Zugzwang, da der Konkurrent um die Tabellenspitze Wasburg-Hannover mit einem hohen Sieg vorgelegt hatte, war das Ziel der Spandauer gegen den Tabellendritten aus Hüftburg heute klar, nicht nur einfach gewinnen, sondern auch möglichst oft treffen. Das Spiel war sehr wichtig für uns. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind wir jetzt wieder Tabellenführer, plus eins. Aber wichtiger war es halt von unserem Selbstbewusstsein, dass wir auch gegen stärkere Gegner so ein Spiel abliefern können. Und abgeliefert wurde von Beginn an Kapitän Markus Stammer öffnete schon 70 Sekunden nach dem Anpfiff den Berliner Tor Reigen. Zwar konnten die Gäste vom Rhein vorerst ausgleichen, doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt und beendeten das erste Viertel mit einer vielversprechenden 7 zu 1 Führung. Nationalspieler Stamm hatte hier bereits vier Tore auf seinem Konto. Ja, wir hatten die Duisburger von Anfang an bis Ende komplett unter Kontrolle. Wir haben phasenweise da nicht so gut gespielt, das haben die Duisburger ausgenutzt, weil sie gezeigt haben, dass sie nicht umsonst Dritter sind. Wir haben sie mit Press komplett überrascht und haben sie über das ganze Feld wirklich so unter Kontrolle gehabt, dass sie selten torgefährlich waren. Und wenn doch, dann hatten wir hinten noch Lars Lobaxer, der sie komplett ausgeschaltet hat. Goalie Lars Lobaxer brachte auch in der Folge die Gäste aus Duisburg zur Verzweiflung. Und die Spandauer zeigten im Angriff eine beeindruckende Konsequenz. Ja, wir wussten schon, dass sie sehr defensiv und Press spielen werden und sie uns sehr weit rausschieben werden. Also haben wir versucht, so gut dagegen zu arbeiten, wie wir konnten. Zwar konnten die Duisburger immer mal wieder Nadelstiche in Form von Toren setzen, doch die Hausherren waren nun nicht mehr von der Siegerstraße wegzubekommen. Am Ende der Partie hieß es 17 zu 6 für die Wasserfreunde Spandau. Einfach war das Spiel nicht. Wir haben einfach alles umgesetzt, oder fast alles umgesetzt, was der Trainer wollte. Wir waren aggressiv und Duisburg hat vielleicht auch nicht den besten Tag gehabt, aber so ist das halt im Wasserfall. Die Spandauer erwischten definitiv einen besseren Tag und grüßen ihn von der Tabellenspitze. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.